Firma Bayer wurde 1946 von Herrn Ingenieur Eduard Bayer gegründet mit einem ambitiösen Ziel den weltbesten Herrenrasierer zu entwickeln und zu produzieren und es ist bis heute in unserer DNA verankert. Heute haben wir ein sehr breites Produktportfolio von Consumer Products, Personal Health, Healthcare und Medically mit 1000 Mitarbeitern an vier Standorten weltweit hier in der Steiermark, in Ungarn, in China und seit kurzem auch in Malaysia. Wir bei Bayer haben uns vorgenommen, dass wir in Österreich und auch in den Exportländern von Ungarn und Malaysia auf gleiche Daten zugreifen, gleiche Stände gewährleisten können. Durch das Projekt Reestort Export hat Bayer die Möglichkeit gehabt, die Datenbasis zusammenschließen. Das ist bei uns in der Branche sowieso enorm wichtig. Das ICS hat das gesamte Projekt von Anfang an unterstützt, von der Ausschreibungsphase über die Projektmeilensteine bis zum Abschlussbericht. Somit konnte sich das PAYER-Team voll auf die Projektinhalte fokussieren. Wir von Bayer sind sehr froh, da wir so gut unterstützt worden sind, auf dieses Projekt Reestart Export geschlossen zu sein und wir würden andere Initiativen gern auch wieder mit dem ICS gemeinsam abwickeln.